ja es geht ja auch nicht schon mit dem gast das ist immer noch mal wissen jetzt durch diese Scheiße hier gekommen Schüchel wieder wieder wenn es ruckelt aber wo wird es ist sagt das sehen wir ein paar behinderte Leute aus denn er ist aus dem Labyrinth nein da gehen ich hab das ich hab das nie gecheckt ja ja okay Leute nein wir gehen hier ich kann ich kann das nicht wir gehen hier hier die Todesbrücke da kommt der Silas da die Matten sind da ist Rutsche Rutsche macht man aber wir müssen sich frei Leute ab in die Rutsche das wird noch lebendig Entschuldigung nochmal wenn es scheiße ist aber ich muss wieder nach hinten nein nein ich fahr leider Scheiße pass auf er kommt da ein Reifen da gehe ich rein mein zuhause Bunker ein Reifen woher gehen wir jetzt ja im letzten Video geht es zu den Trampolin du hast geduldet Leute schau schau